Hallo liebe UV-Fans, ich bin's Florian Hingslage und ich spiele zurzeit Mozart in dem neuen Musical Mozart Superstar. Ein ganz neues Musical, mit dem wir in Köln Weltpremiere gefeiert haben und jetzt bald in quasi jeder Stadt in Deutschland unterwegs sind. Unter anderem in Bremen, Hannover, Rheine. Das ist halt hier in der Nähe, denn ich bin jetzt gerade hier in Dinklage, in der UV-Außenstelle und wir haben gerade ein großes Interview geführt über das Stück, über die Inhalte, über das Leben von Mozart, über mein Leben und eben auch darüber, dass es zum Beispiel eine CD gibt, wie man hört. Ja, diese CD gibt's natürlich zu kaufen, das nur nebenbei. Auf jeden Fall freue ich mich riesig, wenn ihr kommen würdet und euch das neue Musical anschaut. Gerne könnt ihr dann in der UV nachlesen, worum es geht, wann wie wo und alle weiteren Infos erhaltet ihr da. Bis bald. Tschüss.